Mit Volldampf voraus Und dem unbedingten Triebe folget Freude, folget Rat, und dein Streben sei es in Liebe, und dein Leben sei die Tat, denn die Bande sind zerrissen, das Vertrauen ist verletzt. Wanderlied, Goethe Alexander hatte wilde Träume, inzwischen nicht mehr von blutgetränkten Schlachtfeldern, sondern bei weitem angenehmere, wenn gleich ebenso aufgewohrende. Er träumte von Ernestine, Detterings ältester Tochter. Seit vier Jahren wohnte er im Haushalt des Körners, hatte das Technical College besucht, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und arbeitete nun in einer Dampfmaschinenfabrik als Ingenieur. Er hätte sich längst ein eigenes Heim schaffen können, aber die Familie hatte ihn überredet, weiterhin bei ihnen zu leben. Er wurde behandelt wie der Sohn des Hauses und ließ es sich gerne gefallen. Die Erkundigungen Detterings nach seinen Eltern zeigten jedoch keinen Erfolg, obwohl er Dutzende von Briefe an seine deutsche Verwandtschaft, seine Freunde und Bekannten gesandt hatte. Das Problem bestand vor allem darin, dass Alexander sich zwar an seinen Vornamen, nicht aber an seinen Familiennamen erinnerte. Er hatte sich oft genug den Kopf darüber zerbrochen, weshalb nicht. Er konnte sich nur daran erinnern, immer als Master Alexander angesprochen worden zu sein. Auf dem Gut, auf dem er aufgewachsen war, hielt sich sein Vater nur selten auf, und wenn, sprach man ihn mit seinem Titel, seinem militärischen Rang oder mit den ehrerbietigen Floskeln an, die seinem Stand gebührten. Vielem erlaubte Alexander, sich in sein Gedächtnis zurückzuschleichen, seit sein Leben in geordneten Bahnen verlief und der Fürsorge und Freundlichkeit erfuhr. Er erinnerte sich an einen jüngeren Bruder namens Julius, eine englische Kinderfrau, die sie beide betreute, und auch an seine Mutter, die oft Englisch mit ihm gesprochen hatte. Er konnte auch die Gesichter eines Hauslehrers und vor allem eines knorrigen Steignechts heraufbespüren, der ihm auf einem Pony mit weißer Blässe das Reiten beigebracht hatte. Er sah die stillen Seen seiner Heimat, die Gehölze, die weiten Weiden vor sich, doch es war ihm unmöglich zu sagen, wo sie sich befanden. Dafür hatte er aber herausgefunden, wie er in die Schlacht geraten war. Es war sein Wunsch nach Abenteuern, der ihn dazu gebracht hatte, mit einem Stalljungen die Kleider zu tauschen, um mit den Soldaten seines Vaters in den Kampf ziehen zu können. Aber zwischen diesem Moment und seinem Erwachen in der Scheune voll Verwundeter fehlte noch immer ein Stück Erinnerung. Dettering hatte ihn zwar zu einigen Ärzten mitgenommen, die Erfahrung mit derartigen Traumata hatten, aber die einzige Erklärung, die sie für dieses Phänomen fanden, war, dass sein Gehirn an einer Stelle geschädigt sein musste. Das aber glaubte Alexander nicht. Denn wenn auch nicht fassbar mit seinem Verstand, in seinen Träumen sah er immer wieder Szenen aus diesem verschwundenen Zeitraum. Und die waren grauenvoll und beklemmend. Er traute sich gar nicht, sie näher an die Oberfläche zu holen. In den ersten Monaten hatte Dettering ihm immer neue Verlustlisten aus den Kämpfen von Waterloo vorgelegt und gemeinsam sahen sie die Namen der gefallenen Offiziere durch. Aber nie verspürte er dabei ein spontanes Wiedererkennen. Alexander nahm es gelassen. Er hatte seine eigene Bestimmung gefunden, die derzeit allerdings deutlich in den Hintergrund getreten war. Ernestine, drei Jahre jünger als er, war noch ein zimperliches Schulmädchen gewesen, als er bei dem Colonel einzog. Nun hatte sie das exklusive Internat abgeschlossen und war sich ihrer weiblichen Reize bewusst geworden. Natürlich hatte Alexander schon vor Jahren seine ersten Erfahrungen mit Frauen gemacht, doch das waren Küchenmädchen und Mägde gewesen, die unkompliziert mit ihm ins Heu gingen. Ernestine war anders. Mochte sie auch lockende Blicke über ihren Fächerrand werfen, ins Heu würde sie sich nie ziehen lassen. Und doch brachte sie sein Blut mehr in Wallung als die willigen Mädchen früher. Die Unnahbarkeit, die sie ausstrahlte, erregte ihn. Die aufreizende Kleidung, die mehr durch Verhüllung als durch Offenherzigkeit bestach, machte ihn schier verrückt. Dieses feste Fischbeinmieder, das ihren jugendlich üppigen Busen umspannte, der sich unter den Dekolletes ihrer Abendkleider nach oben wölbte, übte eine unbeschreibliche Anziehung auf ihn aus. Oft stellte er sich vor, wie er ihr die weiten Ärmel von den blassen, runden Schultern strich und den Ansatz dieses köstlichen Busens berührte, um dann diese Pracht langsam und genüsslich aus dem engen Gefängnis zu befreien. Sie war nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil. Ernestine schien ihn gegenüber den anderen Männern zu bevorzugen. Ja, sie hatte ihm sogar heimlich im Wintergarten einen keuschen Kuss erlaubt und ihm dabei gestattet, ihre zerbrechliche, eng geschnürte Taille zu umfassen. Dann entzog sie sich ihm wieder, kokettierte nur mit Blicken oder versteckten Andeutungen mit ihm. Sie trieb ihn in den Wahnsinn damit. Er ging so weit, dass er für sie ein erschreckend schlechtes Gedicht verfasst und ihr in einem Blumenstrauß überreicht hatte. Hätte Alexander die weibliche Natur genauso intensiv studiert wie die Maschinen, würde er bemerkt haben, dass er in einen überaus durchdachten und geplanten Prozess eingebunden wurde. So aber machte es ihn nicht stutzig, wenn Lady Dettering in seiner Gegenwart die eine oder andere Bemerkung über die hübsche Mitgift fallen ließ, die Ernestine erwartete. Er hätte auch Victorias geflüsterte Indiskretionen als Warnung aufgefasst, der wie Comte of Rotherham habe ihrer Schwester einen Antrag gemacht. Stattdessen ergriff ihn glühende Eichersucht bei dem Gedanken, die spinnengleichen Finger des ältlichen Boos könnten sich an den warmen Rundungen seiner Angebeteten zu schaffen machen. Auch das vertrauliche Gespräch von Mann zu Mann mit Sir Nikolaus, der ihm hart auf den Zahn fühlte, wie er sich denn seine Zukunft vorstelle, hatte ihn nicht auf die richtige Spur gebracht. Hätte er gewusst, dass Ernestine, zwar errötend, aber durchaus gefasst seine ungelenkten Zeilen gelesen hatte, dann aber spornstreichs zu ihrer Mama gelaufen war, um sie ihr vorzulegen, und dass diese stürmisch gereimten Worte beiden Damen zu den schönsten Hoffnungen Anlass gaben, er wäre vorsichtiger gewesen. So aber hatte er am Abend noch die heimlichen Freizügigkeiten im Wintergarten genossen und in seiner Begierde von Liebe gestammelt. Die Falle wäre zugeschnappt, hätte das Geschick nicht auch hier mit einem Flügelschlag seinem Leben eine neue Wendung gegeben. Diesen Flügelschlag teilte ebenfalls ein Schmetterling aus, jedoch einer in der wohlgeratenen Gestalt einer kleinen Tänzerin, in deren flatterhaften Spielereien sich der Dolmetscher verfing, der die preußischen Besucher der Maschinenfabrik bei den Verhandlungen unterstützen sollte. Er verschlief an jenem Morgen in ihren Armen, und als er mit Brummen im Kopf erwachte, hatte das Schicksal bereits seinen Lauf genommen. Herr Egels und seine Begleiter saßen also etwas peinlich berührt im Büro des Unternehmers und drangen mit der ihnen fremden Sprache, bis der leitende Ingenieur den segensreichen Vorschlag machte, den jungen Masters hinzuzuziehen, der seines Wissens der preußischen Zunge einigermaßen mächtig war. Obwohl der Fabrikant gewisse Bedenken äußerte, er wollte bei derartigen Geschäftsbesprechungen Personal aus den unteren Chargen nicht dabei wissen, musste er sich angesichts der Sprachlosigkeit seiner Besucher diesem Vorschlag beugen. Die Herren hatten nämlich ihr Interesse am Kauf mehrerer Dampfmaschinen bekundet, was angesichts des britischen Vorsprungs auf dem technologischen Gebiet eine hohe Gewinnmarge versprach. Dieser Masters entpuppte sich als Lücksgriff. Nicht nur legte er ein passendes Benehmen an den Tag, sondern formulierte Gewand in beiden Idiomen. Und nicht nur das erschien auch profunde Kenntnisse der Technik zu haben und sie in leicht verständlicher Form erklären zu können. Zufrieden verabschiedete der Unternehmer am Nachmittag seine Besucher, die sich über das Wochenende beraten wollten. Dem jungen Ingenieur sprach er seinen Dank aus und merkte sich seinen Namen vor. Obwohl ein geschäftstüchtiger Mann und gewiefter Handelspartner, er konnte nicht ahnen, welche Nachteile ihm aus diesem Zusammentreffen erwachsen würden. Denn als Alexander nach Feierabend auf die Straße trat, um sich auf den Heimweg zu machen, hielt schon eine Querstraße weiter eine Kutsche neben ihm und aus dem Fenster lehnte sich der Preuße. Herr Masters auf ein Wort. Ja, Herr Igels? Hättest du einige Minuten Zeit, sich nochmals mit uns zu unterhalten? Alexander hatte das Gespräch zuvor großes Vergnügen bereitet. Die drei Männer, insbesondere Igels selbst, waren ihm interessiert und recht beschlagen vorgekommen und hatten ihn mit weit mehr Achtung behandelt als seine Vorgesetzten. Also belegte er ein und stieg in die Kutsche. Hier verblüffte es ihn zunächst, dass Igels ihn nach seinen familiären Verbindungen befragte und er gab eine kurz gefasste, stark zensierte Auskunft darüber. Dass er nicht zu sehr in London verwurzelt war, schien dem Preuß zu gefallen. Ob er sich vorstellen könnte, auch in seinem Vaterland tätig zu sein, wollte er als nächstes wissen und Alexander zuckte mit den Schultern. Ich bin Ingenieur. Wo ich Maschinen bauen kann, ist mir egal, gab er zur Antwort und vermutete, Igels wolle prüfen, ob er bereit sei, bei der Inbetriebnahme der Maschinen, die zu erwerben sie vorhatten, mitzuarbeiten. Doch der Vorschlag, der ihm dann gemacht wurde, lautete völlig anders. Die preußische Regierung hatte festgestellt, dass sie, sicher aufgrund der politischen Umwälzungen auf dem Kontinent in den vergangenen 20 Jahren, den Anschluss an die neue Technik verpasst hatte. England, als Land von den Kriegen weitgehend verschont, hatte hier einen gewaltigen Vorsprung und hütete daher streng seine Verfahren. Also waren technisch versierte Männer ausgeschickt worden, unter Vorgabe von Kaufinteressen, die Fabriken auszuspionieren und vor allem bereitwillige Techniker abzuwerben. Alexander war auch in diesem Fall ein Glücksgriff. Das hohe Gehalt, das sie ihm boten, war weder der Anreiz, als die Aufgabe, für die sie ihn vorsehen wollten. In der Entwicklung neuer Maschinen in leitender Position beteiligt zu sein, das war tatsächlich die Erfüllung seines Traumes. Er bat sich eine Nacht Bedenkzeit, die sie ihm gerne gewährten. Und in dieser Nacht verdrängten Visionen von seiner Zukunft als Ingenieur jegliche andere. Auch die von Ernestines süßen Reizen. Er suchte die Herren am Vormittag in ihrem Hotel auf und sagte zu. Ihre Abreise war bereits für den Montag vorgesehen, aber das störte ihn nicht. Er genoss zwar die familiäre Einbindung, bei der Tarrings fühlte sich aber noch immer als Gast. Er konnte jederzeit seine Sachen packen. Alles, was er besaß, passte noch immer in einen Koffer. Er war in einer derartigen Hochstimmung, dass er gar nicht wahrnahm, in welchem Ausmaß er mit dieser Entscheidung Hoffnungen zerstörte. Als er nach dem Dinner so Nikolaus um eine vertrauliche Unterredung bat, übersah er das Leuchten in Ernestines Augen und überhörte das erleichterte Aufseufzen ihrer Mutter. Auch das wohlwollende Lächeln seines Gönners leutete er falsch. Es erlosch auch bald, denn in kurzen, präzisen Worten dankte Alexander ihm für seine Güte und Großzügigkeit in den vergangenen Jahren und teilte ihm dann seine Entscheidung mit, dass er die Anstellung bei Egels in Berlin angenommen hatte. Der Tarring reagierte mit vollständiger Schweigsamkeit auf diese Verlautbarung und Alexander fühlte sich immer unbehaglicher. Schließlich fragte er unsicher geworden, Sie nehmen es mir doch nicht übel, Sir. Ich habe stets gesagt, dass ich Maschinenbauer werden will und es ist eine einmalige Chance, die mir die Firma Woders und Egels bietet. Im Nutzen von Chancen hast du eine gewisse Fähigkeit erworben, kam es trocken von seinem Gegenüber. Und aus deiner Zielstrebigkeit hast du nie ein Hehl gemacht, das stimmt. Doch Junge, ist es wirklich so wichtig für dich, dass du alle Brücken hinter dir verbrennen musst? Meinen Arbeitsvertrag habe ich ordnungsgemäß gekündigt, Sir. In dem Schreiben verzichte ich natürlich auf das ausstehende Gehalt. Natürlich. Egels übernimmt vermutlich den Ausgleich. Ich denke schon. Wieder schwieg Sir Nikolaus und Alexander begann, sich tatsächlich schäbig zu fühlen. Sir, Sie und Ihre Familie sind sehr großzügig gewesen. Wenn Ihnen etwas einfällt, was ich zukünftig für Sie tun kann, scheuen Sie sich nicht, mich zu verständigen. Vielleicht. Der Körner erhob sich und ging einige Schritte auf und ab. Ich hoffe, es wird dir im Laufe der Zeit klar, welche Opfer man seinen Zielen im Leben bringen muss. Ich kann dich nicht halten. So geh mit Gott. Wirklicherweise findest du in Berlin sogar deine Wurzeln. Aber bitte pack deine Sachen in aller Stille und verlasse schon heute das Haus. Ich erkläre den anderen ein Fortgehen. Pikiert verabschiedete Alexander sich und tat, wie ihm geheißen. Die Nacht verbrachte er im Hotel, in dem auch die Preußen untergekommen waren. Und zwei Tage später war er auf dem Weg nach Berlin. Seine Begleiter wunderten sich zwar über seine mürrische Laune, vermuteten aber, ihm mache die Trennung zu schaffen. Das tat sie auch. Aber er zog es vor, einen Groll gegen Sir Nikolaus zu hegen, der ihn quasi aus dem Haus geworfen hatte. Das war einfacher, als den leisten Stimmen seines Gewissens zu lauschen.